Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Episode der Trainerkarriere heute mit Episode 15 und wir haben direkt mal zwei neue Nachrichten, was gibt's da so? Pressekonferenz, wisst ihr was, da nehmen wir mal teil, hab ich glaube ich noch gar nicht gemacht. Ich lobe jetzt, nee nicht den VfB, ich lobe jetzt irgendeinen Spieler von mir. Aber wen, wer ist denn gut? Maxim ist gut, aber der ist leider verletzt aktuell, deswegen loben wir Pausen, den find ich sehr schön. Der spielt nämlich richtig gut, okay. Aber ansonsten hab ich nichts wichtiges zu tun. Wir stehen aber aktuell tabellarisch immer noch so da wie bisher eigentlich schon lange Zeit, nämlich ganz knapp hinter den internationalen Rängen. Da wollen wir auf jeden Fall reinrücken, aber das wird nicht einfach, da müssen wir uns anstrengen. Es fehlen uns nämlich aktuell vier Punkte auf den nächsten, auf Dortmund. Das müssen wir irgendwie aufholen und dafür brauchen wir vor allem Siege. So, jetzt schauen wir mal kurz auf die Elf, die wir ins Spiel bringen wollen. Ausdauer sieht ziemlich scheiße aus, offen gesagt. Problem ist im ZOM, dass Maxim nach wie vor verletzt ist. Das heißt, ich setze jetzt einfach mal Leitner ins offensive Mittelfeld, das könnte eventuell funktionieren. Denn wir müssen hier leider sehr viel ersetzen, weil total viele ausgepowert sind. Und Gentner ist auch noch verletzt. Dann kann ich Leitner nicht ins offensive setzen, weil dann setze ich Leitner ins... Ne, oder ich mach... Ah, das ist blöd. Dann tue ich Callas ins defensive Mittelfeld. Tue Baumgartel in die Innenverteidigung. Ballerin kommt ebenfalls raus, für ihn kommt Klein rein. Ah, Brooks hab ich auch noch okay. Aber ich verstehe offen gesagt gar nicht, warum das so krass auf die Ausdauer schlägt gerade. Ich meine, ich hab viele Spiele, aber so schlimm sollte das eigentlich nicht sein. So, Harnik kommt in den Sturm auf links. Ja, die haben halt beide halt nicht so viel Kraft. Dann... Das ist echt blöd, ein bisschen gerade. Oh, die Dabi... Ne, die Dabi ist auch ausgepowert. Dann... Boah, was machen wir denn? Ich hab halt jetzt leider auch kein Spiel, wo ich einfach mal eben kurz nachlassen kann. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir es so an, setzen aber Ginzek... Ach, der ist auf der Bank. Okay, dann passt's. Dann starten wir mal so in die Mannschaft, außer dass wir Kostic noch mit Werner ersetzen. Abgesehen davon lassen wir mal alles. Beim Alten ist echt blöd gerade aufgrund der Ausdauer. Ich weiß gar nicht, warum das so krass ist, aber... Naja, ist halt so. Wie soll... Wie soll... Äh, was... Was soll's? Starten wir gegen Frankfurt und schauen mal, was wir leisten können. So, los geht's. Wir spielen in den schönen Heimtrikots. Sechs Minuten Weltklasse im Stadion Olympik. Mit dem Schiedsrichter Heimo Wasserschneider. Und... Ich habe nach wie vor sehr viele Themen und Fragen. Äh, wo ich jetzt weiter mache. Beim letzten Mal hatten wir auch schon ein paar Themen. Und heute kommt die nächste Frage hier. Hat die Bundesliga auf lange Sicht noch eine Chance, wenn sich an den Spieltagen nichts verändert? In Klammern, wegen des BPL-Vertrags, etc. Und das ist so ein Problem, das ja in letzter Zeit häufiger diskutiert wird. Und wenn man auf Facebook schaut, dann sind die deutschen Fans da... Ja, ein bisschen doof. Zumindest manche. Denn auf der einen Seite fordern sie alle mehr Geld, mehr TV-Geld. Und das... Vor allem, dass es auch unfair ist, dass die englischen Klubs so viel bekommen. Und das ist vollkommen richtig. Diese Meinung teile ich. Aber... Auf der anderen Seite, wenn dann auch nur darüber diskutiert wird, dass man eventuell etwas an den Spielzeiten ändert, dann heulen sie alle rum, weil sie ihre Konferenz wollen. Kann ich natürlich auch nachvollziehen. Ich finde die Konferenz mega cool und die schaue ich jedes Mal gerne. Aber realistisch gesehen, wenn man auf diese Ebene mithalten möchte, zumindest annähernd, dann muss man halt an diesen Zeiten was ändern. Denn die Konferenz ist natürlich etwas, was die deutschen Fans sehr mögen und sehr schätzen. Aber es ist einfach schlecht vermarktbar. Weil, ja, das ist halt einfach ungeschickt, sag ich mal. Wenn die Spiele alle zu verschiedenen Zeitpunkten sind, dann lässt sich das deutlich besser vermarkten. Auch im Ausland vor allen Dingen. Die meisten Länder kennen dieses Prinzip einer Konferenz dieser Größe ja gar nicht. Von daher, ja, ist das halt der einzige Weg, wie man mehr Einnahmen generieren kann. Indem man die Spielzeiten umstellt, sodass die meisten Spiele alleine laufen. Das fände ich schade, weil Konferenz ist was sehr cooles. Aber es ist halt leider Gottes wahrscheinlich auf lange Sicht unumgänglich, wenn man mithalten möchte. Ganz mithalten kann man so oder so nicht. Denn was die BPL-Klubs kriegen, ist natürlich vollkommen lächerlich. Aber auf jeden Fall mehr mithalten als jetzt. Weil wenn ein deutscher Euroleague-Champions-League-Aspirant, zum Beispiel Schalke oder so, bei einem Spieler das Duell verliert gegen Mannschaften wie Stoke oder wie andere englische Klubs, die wirklich in die untere Tabellenhälfte gehören und dort auch landen, dann läuft irgendwas fatal falsch. Wenn ein englischer Klub, der fast absteigt, sich mehr Geld für Transfers ausgeben kann, als ein deutscher Klub, der auf dem siebten Platz landet, dann läuft da was gehörig falsch. Und das Problem ist ja, das ist ja nicht nur so, dass sie ein bisschen mehr kaufen können, sondern ein Klub, der in der letzten Saison in der englischen Liga fast abgestiegen ist, kann ohne Probleme zwei, drei Transfers im zweistelligen Bereich tätigen. Dann holen sie halt einen für 15, einen für 12 und einen für 11 Millionen und das ist kein Problem. So viel Geld haben die einfach, obwohl sie fast abgestiegen sind. In Deutschland haben die Klubs, die fast absteigen, kein Geld oder sehr wenig Geld. Zumindest die allermeisten. Das wäre jetzt eine Ausnahme bei Wolfsburg beispielsweise, weil die von VW Geld kriegen. Es wäre zumindest ganz bisschen eine Ausnahme von Hoffenheim. Die kriegen zwar aktuell jetzt nicht so viel Geld, aber ein bisschen was kriegen sie ja sicherlich schon noch von Hopp etc. Aber die allermeisten Klubs in Deutschland, die keine Investoren oder Konzerne hinter sich haben, die können dann halt, haben sie halt Pech gehabt. Teilweise gibt es sogar Vereine, die müssen Gewinne erwirtschaften im Transferfenster, weil sie ansonsten Probleme kriegen von wegen, mit der ganzen Auflage etc. Und das ist halt schon sehr problematisch, wenn man da irgendwie wegen dem Lizenzverfahren Transfersummen generieren muss und sollte man das nicht tun, Strafpunkte bekommt oder so. Gibt es ja durchaus, weil halt Insolvenz oder ähnliche Dinge anstehen. Serie D, wow, das war stark gemacht. Leitner in die Mitte und dann ist das ein super Abschluss von ihm. Ich weiß zwar nicht, was er vorne im Strafraum sucht, weil er ist ZDM eigentlich für die Defensive zuständig, aber wenn er da vorne im Strafraum rumlungert, dann das so abschließt, dann Respekt. Sehr schön, mit linken Fuß rechts oben rein, zweites Tor für ihn, 1 zu 0 für mich. Aber kommen wir zurück zum Thema, denn, ja wie gesagt, das ist halt einfach blöd. Ich finde natürlich, dass es mehr Sinn macht, so wie es in der Bundesliga läuft, als so wie es in der BPL läuft, aber es ist halt leider Fakt, dass die sowas von unfassbar viel Geld bekommen, dass sie nicht mehr wissen, wohin damit. Und dementsprechend steigen natürlich auch die Preise. Das sieht man, hat man bisher schon oft in England, innerhalb Englands gesehen, wenn ein Andy Carroll, der eine gute Saison hatte oder zwei, plötzlich für 40 Millionen zu Liverpool wechselt, dann ist das halt einfach grotesk. Überlegt euch mal, ein deutscher Verein hätte 41 Millionen ausgegeben für einen Stürmer, der eine Saison gut gespielt hat, aber danach dann nichts mehr bringt. Was wäre da für ein, ach scheiße, 1 zu 1, was wäre da für ein Echo in den Medien und bei den Fans losgetreten, wenn, weiß ich nicht, was ist ein vergleichbarer Verein, sagen wir mal Wolfsburg. Wenn Wolfsburg sich für 40 Millionen gekauft hätte, was gibt es an jungen deutschen Talenten? Seelke, zum Beispiel. Gutes Talent, hat gute Leistung gezeigt, aber jetzt noch nie über lange Zeit gezeigt, was er kann. Ist zwar schlecht vergleichbar gerade mit Carroll, dessen bin ich mir durchaus bewusst, aber mir ist jetzt gerade auf die Schnelle kein anderer eingefallen. Nehmen wir einfach an, Wolfsburg hätte ihn gekauft für 40 Millionen, er wechselt dorthin und spielt in den nächsten drei Jahren dort, aber macht nichts Vernünftiges. Ey, da hätte jeder Wolfsburg für bekloppt gehalten, weil sie so viel Geld ausgeben. In England sind solche Summen halt relativ normal. Da muss ein Spieler, keine Ahnung, wenn der schon drei Schritte laufen kann, ohne umzufallen, dann ist der schon mal mindestens 10 Millionen wert, solange er englisch ist. Das sieht man immer wieder. Englische Spieler in England sind so, ja, wie soll man sagen, verzweifelt wird danach gesucht, dass sie halt wirklich bereit sind, sonst was für Summen auszugeben. Ein anderes Beispiel war in meinen Augen letzte Saison Callum Chambers, der zu Arsenal wechselte für, ich glaube, fast 20 Millionen. Davor hatte er, ich weiß nicht wie viele, aber wirklich, ich glaube 15 Premier League Spiele oder so gemacht und dann kostet er plötzlich 20 Millionen. Das ist halt wirklich lächerlich, wenn man kaum Erfahrung hat. Das ist so, als würde man jetzt Timo Baumgartel vom VfB für 20 Millionen kaufen. Der hat 15 Spiele gemacht oder 20 in der letzten Saison, die allesamt ganz gut. Zack, 20 Millionen. Das wäre halt absolut lächerlich und unrechtmäßig. Aber genauso würde es laufen, wenn es einen Spieler gäbe, der exakt dasselbe vorzuweisen hat wie Baumgartel, aber mit dem Unterschied, dass er in der englischen Liga spielt und Engländer ist, dann wäre der mindestens 15 Millionen wert, aber mindestens. Und das ist halt das Komische dort drüben, dass die Mondpreise, ja, also es nimmt teilweise halt wirklich realitätsferne Züge an und das Problem ist, die Engländer sehen das gar nicht problematisch, denn die sind es ja gewöhnt. Da hat jeder Klub so viel Geld, dann ist das halt so. Das liest man ja auf Foothed oder wo auch immer man unterwegs ist, auch auf Facebook, bei FIFA-Seiten und so weiter, liest man das ja überall, dass die Engländer dann Kommentare bringen von wegen, ja, wir haben jetzt den und den gekauft für 23 Millionen, was ein Schnäppchen. Während das in Deutschland ein Rekordtransfer wäre. Sodass diese Realitätsverschiebung einfach bei denen schon so weit, ja, wie soll man sagen, in den Köpfen ist, dass es halt bei jedem angekommen ist, dass da der Realitätssinn gar nicht mehr besteht, sondern dass man der Meinung ist, dass 20 Millionen für einen Spieler ein Schnäppchen ist, wenn der ganz gut spielt. Und das ist halt kompletter Schwachsinn in meinen Augen. Also, von nicht allzu langer Zeit war 20 Millionen unheimlich viel. Da sind Riveries für 20 Millionen gewechselt. Gut, das war auch was anderes, aber trotzdem. Und jetzt wird mit 20 Millionen umgegangen, als wäre es halt wirklich gar nichts. Und diese Entwicklung finde ich halt hochdramatisch. Und auf lange Sicht gesehen wird da Deutschland, genauso wie jedes andere Land, zwangsweise abkacken wahrscheinlich. Denn ein Problem dieser zentralen TV-Vermarktung, wie es in der Bundesliga der Fall ist, wo quasi die kompletten Rechte der Bundesliga vermarktet werden, dann ist das, also für große Klubs ist es problematisch, weil sie keine Mehreinnahmen machen können. Warum liege ich jetzt hinten? Das ist blöd. Denn ich bin mir sicher, dass Bayern, wenn Bayern seine TV-Rechte einzeln vermarkten könnte, würden die damit nicht die jetzigen, weiß ich gar nicht wie viel, 55 Millionen machen oder was das ist, sondern wahrscheinlich 150 oder so. Da es aber zentral vermarktet wird, machen sie halt deutlich weniger. Ich glaube, in Spanien wird das nämlich nicht zentral vermarktet, sondern von jedem Klub selber. Und da sieht es dann auch so ungefähr aus, Real Madrid und Barcelona haben 160 Millionen oder so. Dann kommt der nächste Klub mit Atletico und Valencia und so mit irgendwie 50 Millionen. Und unten dann, die haben alle so 15. Das ist natürlich auch blöd, weil da sind die niedrigen Klubs dann auch benachteiligt, weil sie halt relativ wenig bekommen. Trotzdem bietet es Möglichkeiten für größere Klubs, wie den FC Bayern, wie Dortmund sicherlich auch, einfach Einnahmen zu generieren, mit denen sie konkurrieren können mit den englischen Klubs. Denn durch die zentrale TV-Vermarktung geht das halt schlicht und ergreifend nicht. Und auf lange Sicht gesehen wird die Bundesliga, wird jede andere Liga eigentlich auch, gegen die BPL einfach abkacken. Das sieht man jetzt schon und das wird noch schlimmer, denn dann wird es halt so sein, dass auch ein englischer Zweitligist wahrscheinlich einen deutschen Mittelfeldtabellenplatz belegenden Klub locker ausstechen kann. Und das kann halt eigentlich nicht Realität sein, aber es wird, wenn sich nicht irgendwas ändert, wird es so sein. Und das Problem ist ja, man kann nicht einfach so mal eben die Einnahmen der Bundesliga ändern, denn Angebot und Nachfrage. Ich denke, ihr kennt das Prinzip. Und die Nachfrage für die Bundesliga ist halt nicht so groß. Man kann da nicht so viele Einnahmen generieren, wie aus der BPL. Deswegen müsste man irgendwie in der BPL, weiß ich nicht, umstellen, verzichten auf Geld. Ist natürlich vollkommener Schwachsinn und mehr als realitätsfern, weil das sind alles im Endeffekt Unternehmen. Und natürlich wollen sie so viel Geld generieren, wie möglich. Aber ich sehe aktuell einfach keinen Weg, wie es möglich ist, dass alle Klubs ungefähr auf derselben Ebene agieren können. Ja, also kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wie es klappen soll, dass die deutsche Bundesliga innerhalb der nächsten Jahre mit der BPL mithalten kann. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich keinen Anhaltspunkt dafür sehe, dass es irgendwie so funktionieren könnte. Von daher, um deine Frage zu beantworten, über die ich jetzt circa 10 Minuten geredet habe. Ja, ich glaube, das wird auf Dauer so geschehen leider. Es ist traurig, es ist blöd, aber es ist halt leider so. Und das kann man halt nicht wirklich ändern. Dem steht man so ein bisschen machtlos gegenüber, gerade als Deutscher und gerade als Bundesliga-Vertreter. So, kommen wir aber zur nächsten Frage. Ich hoffe mal, ich verpasse jetzt im Spiel nichts, wenn ich nach unten schaue und lese. Was hältst du von Vereinen wie Hoffenheim und Leipzig steht da? Ja, erstmal muss ich sagen, sollte man auch zwischen Hoffenheim und Leipzig differenzieren. Denn was Leipzig macht, ist nochmal ein ganz anderes Level als das, was Hoffenheim machte. Hoffenheim hat sie natürlich auch hochgekauft, indem sie in niedrigen Ligen schon Budget hatten, wie kein anderer in der Liga. Aber der Unterschied ist, jetzt wo sie in der Bundesliga angekommen sind, finde ich, wird dort ziemlich sinnvoll gewirtschaftet. Es werden keine übertriebenen Summen ausgegeben. Jetzt wurde sogar für Mino verkauft, für 40 Millionen. Und wirklich eingekauft. In großem Stil haben sie ihn nicht. Und das ist schon respektabel, denn, keine Ahnung, was Leipzig macht, ist halt was ganz anderes. Die spielen in der zweiten Liga und geben so viel Geld aus, dass man sich denkt, ey, was ist da los? Weil wenn halt ein Zweitliga-Klub mehr Geld ausgeben kann als 50% der Erstliga-Klubs, dann ist da halt auch wieder gehörig was falsch gelaufen mit RB. Dieses gesamte Konstrukt mit Rasenballsport Leipzig ist halt so grotesk, dass ich, keine Ahnung, und das kommt einem manchmal vor wie in so einer Reality-Show. Denn, ja, weil man in Deutschland keine Markennamen mehr als Vereinsnamen benutzen darf, nennt man sich halt trotzdem RB und muss dann, also generell dieses Prinzip so von wegen, hm, wir wollen RB heißen, wegen Red Bull, aber das darf man nicht. Also müssen wir uns was anderes überlegen, wo RB drin ist. Was gibt's denn da? Hm, Rasenballsport. Also es tut mir leid, aber das ist so lächerlich. Genauso wie das Logo, das wurde ja verändert, damit es nicht dem Red Bull-Logo gleicht, ist aber im Endeffekt immer noch Red Bull-Logo, bloß halt ein bisschen anders, mit zwei anderen Farben oder so, was weiß ich. Also generell, ich stehe diesem Klub sehr kritisch gegenüber, einfach weil es unfair ist. Es ist nichts anderes als Wettbewerbsverzerrung. Und oftmals lese ich dann Argumente wie von wegen, ja, aber wenn ihr was gegen RB habt, dann müsst ihr auch was gegen Leverkusen und gegen Wolfsburg haben. Und da stimme ich zur Hälfte mit ein, aber irgendwie auch nicht. Denn der Unterschied zwischen diesen Klubs und RB Leipzig ist, sowohl der VfL Wolfsburg als auch vor allem eben Bayer Leverkusen, Werksklubs. Das heißt, das war ehemals eben ein Klub von diesem Werk oder von dieser Firma, der aber vor vielen Jahren gegründet wurde, wo generell auch die, der Fußball noch ein ganz anderer Sport war, wo auch Geld eine ganz andere Rolle spielte. Während halt RB Leipzig vor ein paar Jahren gegründet wurde, einzig und allein mit dem Ziel, als Werbeplattform für Red Bull zu gelten. Das ist bei den anderen Klubs zwar bedingt auch so, natürlich ist Bayer Leverkusen eine Werbeplattform für Bayer und natürlich ist der VfL Wolfsburg eine Werbeplattform für VW. Aber ich finde, das ist nochmal ein anderer Stil, weil das sind Vereine, die, ich glaube nicht, dass die einzige Intention dahinter war, die Marke zu stärken. Und das ist halt bei RB genau der Fall. Es gibt keinen anderen Grund als das, in meinen Augen. Als eben diese Marke zu promoten, als diese Marke zu stärken und ja, einen Verein hoch zu züchten. Natürlich ist es auch ganz schön für die Leute im Osten, dass die endlich mal wieder einen Club kriegen, der was kann, weil das gab es ja jetzt eigentlich nicht so. Aber trotzdem finde ich halt einfach dieses Prinzip und die Machenschaften dahinter sehr kritisch. Einfach weil es, wie gesagt, Wettbewerbsbezerrung ist. Wenn ein Club, der noch nie was geleistet hat, Geld ausgeben kann, wie ein Club, der sehr viel leisten musste, dann weiß ich nicht. Ist halt einfach unfair. Und genau dasselbe gilt aber auch für Wolfsburg zum Beispiel. Das habe ich schon oftmals erwähnt. Ich finde, was Wolfsburg macht, auch absolut nicht akzeptabel eigentlich. Denn, klar, die waren Meister 2007, 2008, aber wenn ein, oder 2008, 2009 war es glaube ich, aber wenn ein Club, der wirklich seit drei, vier Jahren nichts gereistet hat, außer Tabellenmittelfeld, teilweise sogar fast Abstieg oder unteres Tabellenmittelfeld, dann plötzlich, ohne eben, wie gesagt, Geld eingenommen zu haben durch internationalen Vereine oder hohe Platzierungen, wenn so ein Verein dann plötzlich mal eben kurz einen Luis Gustavo für 20 Millionen kaufen kann und einen Kevin De Bruyne für auch 25, während andere Klubs, die jedes Jahr über dem VfL Wolfsburg standen, aber Geldprobleme haben und nicht so viel ausgeben können, dann finde ich das wirklich genauso eine Wettbewerbsbezerrung wie vieles anderes, was auch RB macht zum Beispiel. Und auch das sehe ich sehr kritisch. Der Unterschied oder was man aber trotzdem all diesen Clubs anerkennen muss, egal wie man zu den Geldquellen steht, sage ich mal, denn ich stehe zu den Geldquellen sehr, sehr negativ, muss man diesen Clubs trotzdem anerkennen, dass sie einfach gute Arbeit leisten. Denn auch wenn ein Verein viel Geld hat, ist nicht automatisch gegeben, dass aus dem Geld was gemacht wird. Es gibt auch viele Vereine, die haben sehr viel Geld, geben sehr viel Geld aus, aber ja, haben halt kein Konzept, kaufen auf gut Deutsch nur Scheiße ein und dann verkackt der Verein trotzdem, obwohl sie viel Geld haben. Also es müssen hinter dem Geld auch fähige Leute stehen, um den Verein voranzubringen mit dem Geld, denn Geld alleine ist halt nicht alles. Man kann fähiges Personal kaufen, aber das muss man halt erstmal tun. Und das ist manchmal das Problem. Aber da steht bei, sowohl bei RB Leipzig zum Teil, aber vor allem auch beim VfL Wolfsburg einfach sehr, sehr, sehr fähiges Potenzial und sehr fähiges Personal dahinter, die mit dem Geld eben genau wissen, was sie anstellen müssen. Dass sie das Geld haben, finde ich in dieser Größenordnung falsch, aber was sie mit dem Geld machen, ist halt einfach sehr respektabel und sehr gut, das muss man anerkennen leider. Und dementsprechend stehe ich generell diesem Prinzip, dass ein Verein, der nichts leistet, Geld bekommt ohne, also Geld außerhalb des Sports bekommt, sagen wir mal so, finde ich falsch. Genauso, das ist im Prinzip so wie Wahlkampf in den USA. Kandidat A kriegt von Firma B 200 Millionen, weil diese Firma eben den Kandidaten unterstützt. Ohne, dass diese Firma irgendwas mit dem Politikum oder mit der Politik zu tun hat, mit dem Typen zu tun hat, völlig egal. Solange die ähnliche Ansichten teilen, kann diese Firma so viel spenden, wie sie möchte, was im Endeffekt Wettbewerbsverzerrung ist, weil es mit der Politik an sich nichts mehr zu tun hat. Es kann ein Donald Trump herkommen, für das Präsidentending kandidieren und ohne jemals auf politischer Ebene was geleistet zu haben, könnte rein theoretisch irgendeine Firma dem mega viel Geld in die Hand geben, einfach weil es Donald Trump ist. Und genau dasselbe Prinzip ist es beim Fußball auch. Ist vielleicht ein etwas hinkender Vergleich, aber ist halt so. Und ich finde das unfair, aber mein Gott, so ist das Leben, kann man nicht ändern und was mit dem Geld gemacht wird, bei Wolfsburg zum Beispiel, muss ich trotzdem ganz, ganz klar respektieren, weil da eine Riesenarbeit geleistet wird und im Endeffekt trägt es ja auch zur Attraktivität des deutschen Fußballs bei, also es hat auch positive Seiten. Das war es jedenfalls von der heutigen Episode, fast schon wieder, denn wir haben leider 2 zu 3 verloren hier gegen Frankfurt, das finde ich extrem schade, weil, naja, wir brauchen Punkte und ich werde mal sagen, wir schauen jetzt gleich nochmal kurz auf die Tabelle, wie es dort aussieht, denn, ich schätze mal, Dortmund hat wahrscheinlich Punkte geholt, ne haben sie nicht, aber Hoffenheim ist vor uns, also wir sind jetzt 8er mit 38 Punkten, während Dortmund mit 42 auf dem 6. ist und wir haben halt nur noch 8 Spiele. In 8 Spielen müssen wir mindestens 4 Punkte gut machen auf Dortmund, wenn nicht sogar 5, um vor ihnen zu stehen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt, alles andere ist erstmal egal, was ich aber noch kurz schauen möchte. Hier, wir sind immer noch vor Kießling mit Maxim, aber der ist ja nach wie vor verletzt, also das könnte auch noch klapp werden, da muss Maxim einfach in Zukunft öfter mal wieder Tore machen, das wäre sehr wichtig, denn ich möchte, dass der die Torjägerkrone holt nach dieser starken Saison, hätte ich ihm auf jeden Fall gegönnt. So, das war's dann von der heutigen Episode, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihm so war, dann gebt dem Ganzen wie immer natürlich ein Like, etc. Schaut auch mal auf Facebook vorbei, denn dort sind alle wichtigen Dinge. In der Beschreibung sind sonstige Dinge, MMOGA zum Beispiel, obwohl ich das eigentlich, keine Ahnung, hat sich bisher nicht wirklich gelohnt, das zu tun, promote ich auch überhaupt nicht, weil es juckt mich eigentlich gar nicht, aber falls ihr was kaufen wollt, schaut da vorbei auf meinem Link. Wieder was alle, bis zum nächsten Mal, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal.